Denken und Danken sind verwandte Wörter. Wir danken dem Leben, indem wir es bedenken. Und weißt du was? Ich bin sehr dankbar, dass du zur Ohrinsel gefunden hast, um mit dieser Entspannungsmeditation auf eine Reise in dein Inneres zu gehen, wo du ganz achtsam ein liebevolles und glückliches Gefühl für Dankbarkeit entdecken kannst. Schön, dass du da bist und schön, dass du hier bist. Auf dieser achtsamen Reise wirst du ganz entspannt erfahren, wie du dieses dankbare Gefühl auch im Alltag erleben kannst und wie es dein Leben liebevoller, glücklicher und sonniger macht. Bist du schon an deinem Wohlfühlort? Mach es dir dort so bequem wie möglich und nimm dir auch ein paar Augenblicke Zeit, um dich mit deiner inneren Stimme dafür zu bedanken, dass du so einen Wohlfühlort hast. Mach dir bewusst, wie schön es ist, dass du dich auf deinem Bett oder deiner Couch mit einer weichen Decke zudecken kannst, was dir ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit schenkt. Denken und Danken sind verwandte Wörter. Wir danken dem Leben, indem wir es bedenken. Zur Vorbereitung auf diese Meditation kannst du jetzt ein paar Mal kräftig ein- und ausatmen, so stark und tief, wie es für dich angenehm ist. Wenn du möchtest, dann kannst du jetzt auch deine Augen schließen. Genieße diesen eigentlich sehr kurzen Vorgang, der dir hilft, vollkommen bei dir zu sein und dich harmonisch in deiner Mitte auszurichten. Damit du diese Mitte auch körperlich gut spüren kannst, kann es hilfreich sein, wenn du eine Hand oder beide Hände ganz sanft auf deinen Bauch legst. Beobachte für ein paar ruhige Atemzüge, wie sich dein Bauch hebt und wieder senkt. Beschenke dich dabei mit einem dankbaren Gefühl. Mach dir hier bewusst, dass du dankbar sein kannst, Ruhe und Entspannung zu erfahren. Tauche immer mehr in deine eigene, sehr stille Welt aus Ruhe und Entspannung ein. Umso ruhiger du wirst, umso lebendiger erwacht deine Fantasie, die friedliche Traumbilder für dich bereithält. Und so fällt es dir ganz leicht, dir vorzustellen, dass du von Weitem, von ganz weit weg, ein leises, aber sehr vertrautes, wohlklingendes Rauschen wahrnimmst. Es klingt wie ein sanfter Wind, der durch die Blätter eines Baumes gleitet. Ganz langsam scheint es näher zu kommen oder näherst du dich immer mehr in deinen Gedanken einer weiten Wiese? Versuche dir vorzustellen, wie es dort auf dieser unendlich weiten Wiese aussieht. Es ist dein ganz eigener, fantastischer Wohlfühlort. Deine verträumte Wiese, die so unglaublich schön grün ist, dass du es nicht nur ganz deutlich sehen, sondern auch die vielen unterschiedlichen Blumen, die dort blühen, riechen kannst. Schau dir genau an, welche Farben sie haben. Rot, gelb, blau, grün, weiß, lila und orange. Ist es nicht schön, was die Natur für wundervolle Orte immer wieder aufs Neue entstehen lässt? Voller Dankbarkeit stehst du in einem Meer aus wunderschönen Pflanzen, Blumen, Blüten und Farben, die sich immer wieder neu erfinden und mischen. Während du diesen wundervollen Anblick mit ein paar sanften und einigen tiefen Atemzügen genießt, ist dir vielleicht gar nicht aufgefallen, dass direkt vor dir eine goldene Schale steht. In dieser Schale, in dieser goldenen Schale, findest du ein kleines Samenkorn. Ganz behutsam nimmst du diesen kleinen Samen in die linke oder rechte Hand. Dann genießt du dich vorsichtig auf die Wiese und gräbst mit der anderen, mit der freien Hand, eine kleine Kuhle in den Boden, in der du dieses Samenkorn legst. Ganz langsam lässt du die kühle Erde durch deine Hände gleiten und verschließt dann die Kuhle. Dein Atem fließt sanft und gleichmäßig. Deine Hände liegen auf der verschlossenen Stelle auf deiner Wiese. Eine leichte Wärme fließt vom Boden aus in deine Hände. Die wohlige Wärme breitet sich nach und nach in deinem Körper aus. Sie fließt über deine Hände, auch durch die Arme. Dein rechter und linker Arm werden angenehm warm und schwer. Die Wärme und sehr angenehme Schwere fließt auch in deine Schultern. Und dann über deinen Nacken hinauf zu deinem Kopf. Nach und nach hüllt sich dein ganzer Körper in eine sanfte, angenehme Wärme und Schwere. Die Wärme und Schwere fließt über deine Ohren hinauf zur Kopfhaut. Deine Stirn entspannt sich und auch deine Augen, die jetzt vielleicht schon geschlossen sind, haben eine sanfte Schwere. Dein Kiefer entspannt sich. Die Wärme fließt langsam hinunter, über deinen Hals, in deinen Brustkorb, immer weiter hinunter, bis in deinen Bauch hinein. Du hast das Gefühl, in deinem Bauch erstrahlt eine goldene, warme Sonne. Die Sonne schickt ihre wohlig warmen Strahlen immer weiter durch deinen Körper. Dein gesamter Rücken hüllt sich nun in diese wohlige Wärme. Ganz langsam gleitet sie in wohligen Wellen auch in deine Beine und Füße. Mittlerweile hast du es dir auf der Wiese etwas bequemer gemacht und du sitzt ganz entspannt, vielleicht im Schneidersitz, immer noch vor der Stelle, wo du den Samen eingegraben hast. Du fühlst dich verbunden mit der Erde und du spürst, wie sie dir Kraft, Wärme und noch mehr Entspannung schenkt. An solchen wundervollen Orten kann es passieren, dass auch wundervolle Wunder geschehen. Und so kannst du ganz deutlich sehen, wie aus der Erde vor dir auf einmal ein kleiner Spross zu sehen ist, der zuerst in Zeitlupe und dann etwas schneller wächst und immer größer wird. Nach und nach bilden sich kleine Blätter und zarte Zweige, während unter der Erde immer mehr Wurzeln für einen starken Halt sorgen. Immer mehr Verzweigungen wachsen ober- und unterhalb der Erde. Da die Pflanze immer größer wird, hast du dich etwas weiter weggesetzt und kannst diesen Zauber ganz entspannt beobachten. Die zarten Zweige wachsen zu kräftigen Ästen heran, die von einem festen Stamm getragen werden, der immer größer und stärker wird und zu einem Baum geworden ist. Ganz langsam stehst du auf und erkennst, dass der Baum schon genauso groß ist wie du. Mach dir bewusst, dass er mit deiner Hilfe zum Leben erweckt wurde. Immer mehr wächst er zu einem großen und starken Baum heran, der nun schon so groß geworden ist, dass er dir auf deiner Wohlfühlwiese Schatten spenden kann. Du fühlst dich sicher und geborgen und hörst wieder das wohlklingende Rauschen vom Anfang deines Ausfluges an diesen Ort. Es ist das sanfte Rauschen des Windes in den Blättern deines Baumes. Erst ist es ganz leise und doch kannst du ganz klar und deutlich eine warme Stimme hören. Hallo, ich bin dein Baum der Dankbarkeit. Komm her und setz dich unter mich. Mein kräftiger Stamm wird dir Halt und Sicherheit geben. Meine prächtige Krone wird dir Schatten spenden. Du setzt dich unter den Baum und lehnst dich an den kräftigen Stamm. Ganz entspannt hörst du weiter zu, was der Baum sagt. Ich danke dir, dass du mir geholfen hast, zu einem kräftigen Baum heranzuwachsen. Nun werde ich für dich da sein. Ich werde dir helfen, dass du dich noch mehr entspannen kannst und aus deiner inneren Mitte ein liebevolles und harmonisches Gefühl für Dankbarkeit wächst. Schließe deine Augen und höre ganz gelöst und achtsam auf die Worte, die dir auch im Alltag helfen, Glück und Dankbarkeit zu empfinden. Ich bin dankbar. Ich öffne mich für mehr Dankbarkeit in meinem Leben. Ich fokussiere mich auf die positiven Dinge des Lebens und bin umgeben von Frieden und Harmonie. Ich danke jeder Erfahrung, denn sie schenkt mir Weisheit für meinen Weg. Voller Dankbarkeit und Glück bestaune ich die maßlose Energie, die mich durchströmt. Ich bin umgeben von Dankbarkeit und Liebe. Voller Dankbarkeit und Freude blicke ich in die Zukunft. Jeden Tag finde ich neue Gründe, um dankbar zu sein. Dankbar begrüße ich jeden neuen Tag in meinem Leben. Jeden Morgen wähle ich Gefühle der Dankbarkeit und des Glücks. Lass nun jeden einzelnen Satz noch mal ganz in Ruhe auf dich wirken. Wenn du möchtest, kannst du die Sätze mit deiner inneren Stimme ganz achtsam wiederholen. Ich bin dankbar. Ich öffne mich für mehr Dankbarkeit in meinem Leben. Ich fokussiere mich auf die positiven Dinge des Lebens und bin umgeben von Frieden und Harmonie. Ich danke jeder Erfahrung, denn sie schenkt mir Weisheit für meinen Weg. Voller Dankbarkeit und Glück bestaune ich die maßlose Energie, die mich durchströmt. Ich bin umgeben von Dankbarkeit und Liebe. Voller Dankbarkeit und Freude. Blicke ich in die Zukunft. Jeden Tag finde ich Vielen Dank. neue Gründe, um dankbar zu sein. Dankbar begrüße ich jeden neuen Tag in meinem Leben. Jeden Morgen wähle ich Gefühle der Dankbarkeit und des Glücks. Untertitelung des ZDF, 2020 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 öffnen kannst. Das machst du für den Moment, aber nur in deiner Fantasie, immer noch an deinem verträumten Wohlfühlort. Dort stehst du jetzt auf und in tiefer Verbundenheit und Dankbarkeit umarmst du den Baum. Ein warmes Gefühl von Vertrauen, Kraft und Zuversicht durchflutet deinen ganzen Körper. Du atmest gleichmäßig und tief. In der Gewissheit, dass du an diesem Ort zu deinem Baum der Dankbarkeit zu jeder Zeit zurückkehren kannst, wird dein Atem nun tiefer und intensiver. Du atmest tief durch die Nase ein und lösend durch den Mund wieder aus. Und noch einmal atmest du frische Energie durch die Nase ein und die Müdigkeit durch den Mund aus. Komm nun nach und nach wieder zurück in dein Wachbewusstsein. Bewege langsam deine Hände und Füße. Verstärke die Bewegungen und strecke dich in alle Himmelsrichtungen. Bewege deinen Körper so, wie es für dich jetzt angenehm anfühlt und öffne mit dem nächsten kräftigen Ausatmen deine Augen. Öffne jetzt deine Augen. Öffne deine Augen. Denken und Danken sind verwandte Wörter. Wir danken dem Leben, indem wir es bedenken. Und ich danke dir, dass ich dich in dieser achtsamen Auszeit begleiten durfte. Bis zum nächsten Mal und schön, dass es dich gibt. Sehr gerne möchte ich dich noch dazu einladen, diesen Kanal zu abonnieren. Denn hier auf der Ohrinsel findest du viele weitere geführte Meditationen und Traumreisen, die dir helfen, ein glückliches, erfolgreiches, gesundes und in der Summe von der Sonne geküsstes Leben zu führen. Achte auch darauf, dass du die kleine Glocke neben dem Abonnieren-Button aktivierst. Denn so wirst du in Echtzeit über neue Videos von der Ohrinsel informiert.